Eine wunderschöne Location. Es läuft perfekt. Wahrscheinlich das größte Festival, das wir jemals produziert haben. Mir gefällt es sehr gut. Wir haben eine sehr geile Stimmung. Oh, es sind sehr freundliche Leute. Ich gebe mein Körper zu Art und sehe andere Leute und bin inspiriert. Es ist mein zweites Leben. Im Beruf bin ich im Büro tätig und hier kann ich mich halt ausleben. Interesse ist sehr interessant. Es ist sehr interessant und wir haben wirklich alle Kostümmen. Ich liebe es hier. Es ist die beste Party in der Welt. Ich liebe es hier. 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 Das ist wirklich super Arbeit zu sein. Ich schau mir das an und mach mir Spaß draus. Ich bin ein Face-and-Body-Painter und alle anderen auch. Das ist der Ort, um zu kommen. Wir sind gerade gekommen, aber ich bin sicher, dass wir es lieben. Wir sind im Moment. Ich bin ein Face-and-Body-Painter und alle anderen auch. Ich bin ein Face-and-Body-Painter und alle anderen auch. Ich bin ein Face-and-Body-Painter und alle anderen auch. Bis zum nächsten Mal.